Ehm, machen wir hier den Raum auf? Wäre besser, ne? Bevor die da runter kommen. Du musst es tun, was du willst. Du bist in deinem Land. Nämlich im Magistland. Alter, Clemens, dass wir closed. Alter! Vorsicht. Fieshopper. Fieshopper inside. Clemens, da könnte was sein. Ist einer bei mir noch im Raum mit dabei? Bei mir ist fein Kontakt. Aber ein Tod. Ich wollte nur sagen, die nehmen grad den Raum ein. So ein Schlawinerchen. Das soll knapp. Einfach mal legen, schmeißen, tönen. Hilfe ist irgendwo. Mute. Mute ist da hinten. Ich hab ihn getötet, ich bin verletzt. Ich hab ihn getötet, bin aber verletzt, Leute. Danke. Hier sind wir in der Camp. Hier sind wir in der Camp. Wohl entdeckt. Da oben. Zeig, ne? Reloading. Gehen wir zum Mario. Alter, wir müssen da langsam rein. Was? Ganz knapp. Ja. Ja. Frostfalle lässt grüßen. Kurz, voll, gar nicht drauf geachtet. Hätte mich so leicht töten können. Hätte ich mal kurz hochgeguckt. Und wo kriegt ihr eigentlich Troubles? Ähm. Von da. Was bleiben die denn? Gute Frage. Okay, ich war drauf. Die ist auch noch da vorne im Forum. Wo ist sie? Wo ich gestorben bin quasi. Direkt vorm Raum. Okay. Kacke, sie hat mich auch noch erwischt. Lol, wie die Waffe hält. Tim braucht langsam Hilfe im Raum. Ja, minimal. Boah, wenn der Sprung ist. Buck und Glass. Okay, Glass nicht mehr jetzt. Buck war irgendwo rechts von dir, Tim. Eben. Oh, was war das für ein Sprung? Guckt euch jetzt gleich mal den Sprung an. Wie der Sprung? Habt ihr den Sprung gesehen vor dem Berg? Nein. Nein. Bei mir ist der voll weggesprungen. Ey, uns nicht. Okay, ich hinde das mal auf, ey. Wir sind jetzt 20 Minuten lang. Und da kam. Okay. Da war ein Puls. Dreh nicht, sondern schießen. Welcher Raum war es jetzt nochmal? Büro oben. Okay. Ist das überhaupt jemand im Raum? Nee, nicht wirklich. Ah, dieser Idiot. Gemacht, Chris. Ja, klar. Ich tracke Cavera. Er muss mir direkt vom Weg. Ich bin sogar richtig zurückgebugt. Dass ich überhaupt die noch erwischt habe. Mit der F? Tim, leg dich hin. Warte, um die Kurve rum. Genau. Äh... Er ist drin, er ist drin, er ist drin. Ich bin tot. Chris, du schaffst das. Sam, versteck dich. Versteck dich. Ja. Du hast fast gewonnen, ne? Brauche ich aber wahr. Hinterm Tisch. Geht ausm Raum. Raus ausm Raum. Rad nach. Und jetzt rein. Ich bin im Nachbarraum gegangen. Dann sind sie das gar auch garantiert. Schön gemacht. Dumm. Dumme Cavera. Okay. Ich glaube das waren die Roamer. Ich schwitze noch nicht. Ah. Dann... Okay. Nein, kannst du unten vielleicht ein Loch reinschießen dafür, für mich? Dann unten ein Loch rein. Da. Wo ich hinschieß. Oh Leute. Let... Last one left. 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 Left corner. Left corner. More left. More left. Left. More left. Ich sah die ganze Zeit. Mehr nach links. Mehr nach links. Oh, der guckt einfach nicht. Nichts. Oh Gott, ist es wieder offen. Rechts ist auf jeden Fall. In rechts. Da ist Jackal und die Bana. Einer. Einer ist in Matten drin. Oh, rechts. Oh, nicht gesehen. Oh. 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 Scheiße. Aber hast du gesehen? Ich hab einen Headshot ausgewichen. Ja, das ist das wahr. Super. Alter, wir wurden... Wieso haben wir eigentlich den Raum genommen? Oh. Ja, ich dachte, wir wären völlig gut in den Raum. Oh. 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 Nein. Nein. Was hab ich gesch... Oh. Fuck. Ja. Was für ein geiler Kill. W-EE-Dêن? Ich hab ja so... Du siehst mich grad, ne. Äh... Äh... Ja. Moment. Hm. Hehehe Ace, oder? Hehehe Hehehe Muss ich wieder mal allein im Raum? Hmmmm Ne, ne, Kotchi ist mein Wolffi Wolffi, Wolffi, Wolffi Und er weiß nicht wie man... Er weiß nicht wie man Jammer lädt Hier ist 24er Level Could you please put your Jammer here? In the middle? So you can mute them both You can mute both Wards Yes, this is good So you mute both Wards Oh, jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Ach man, das ist unser... Random Komm, irgendwie alle von hinten, ne? Äh, hast du die jetzt... Äh, hast du die jetzt... Alter, der hat ja drei Leute rumgebracht Was für ein Killer Ich glaub, äh... Oben ist der Dropper offen Ja, das war echt grad high Achso Oh Gott, oh Gott, da hat er sich hier gelegt Oh mein Gott Unser Kollege dachte, das wär ein Gegner gewesen Der das... Nein! 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 Er bringt mich um! BTF! Ich wollt grad runterspringen Nee, ey, das kann er nicht mehr... Achso, der, ja Oh komm, bringt der mich auch noch um dadurch Ich hab das Tickern gehört, ja, aber... Erst das Ding macht... Weißt du, erst wirft, äh... Mira C4 hoch Ich denk so, oh, jetzt sagt sie, dass du, äh... Die dachte, der Gegner will das, ne? Nein, danach macht Mute, ne? Und Mute... Der, der dachte so, oh, der wirft C4 Mach ich auch mal! Oben, äh... Cockpit Alter Hör mal auf! Geh mal weg! Komm, gib Hedda, gib Hedda, komm, gib Hedda! Alter, ich schieß ihm gleich wirklich tot Komm, Hedda, du... Auf die Nase, komm! Mensch Jetzt rennt der Wolfe komplett raus, ne? Der ist komplett beim Feuerwehrwagen und schon Nein, er macht's wirklich! Oh man! Der ist aber 24, ne? Ja, ha! Ah, nur eng und 0,4er KD Und die lasst dir einfach alles durch, ne? Ist der reingerannt? Ja! Ich guck da, ich denk so kurz, das ist einer von uns, ne? Und dann, oh! Geh knapp! Ah, der ist schon wieder irgendwo Mute rechts hin! Hast du ein Laser gehabt, äh, Crema? Ja, 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 ich hab einen! Ich denke, das ist einer! Natürlich mach die Tür! Ich würd sagen, ich mach die Tür auf, aber... Hab sie, hab sie, hab sie! Hab sie überhaupt nicht gesehen! Es blockiert, nochmal bitte hinwerfen! Er ist downstairs! Er erwischt! Geh, wird aktiviert! Hab Rook! Oh! Achso, noch ein Spielbetrieb! Ey, der geht immer wieder raus! Unser Mate! Na, der holt den jetzt schon, das war! Ich hab ihn verletzt! Ganz lang! Hinten ist... einer bei dir, ne? Ich hätte ihn auch messern können, verdammt! Ich baue doch noch Kids mit Messer, verdammt! Warum hab ich ihn nicht gemessert? Ja! Ja, die machen... Bisschen Parkour hier! Ah! Granate! Okay, da haben wir nicht das Ding erwischt! Einverletzt! Schön. Schön. Oh! Oh ja, noch Kills mit Messer. Oh! Ich bin aber schwer verletzt. What the fuck? Go for ace, go for ace. Go for ace, go for ace, Hacker. I'm not sure. Is he upstairs? Go, 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 yes. He's down. Look at him, knife him, knife him. Nein! Schade. Fuck! The Claymore missed! Fuck! The Claymore hat mich richtig rausgehauen. Oh, shit. Ich weiß auch nicht, was da abging. Ich weiß auch nicht, was da abging. Sehr gut. Ich weiß nicht, was da abging. Das war's in der L locativen Anlaufzeit. Ich weiß nicht, was da abging. Ich weiß nicht, was da abging. Osaab 출and ist kein Altex. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017